Ich sehe mich ja selbst und dann gehen mir die Hände ja selbst auf den Sack, deswegen habe ich die jetzt schon. Aber hier diesen und diesen ist halt immer doof. Herzlich willkommen 2020 aus Schweden. Im Hintergrund, die Jungs sind schon wieder dabei, hier entsprechend quer zu fahren. Die sammeln gerade am zweiten Tag ihre ersten Meter auf Schnee und Eis. Wir sind direkt vom Katschberg durchgestartet, sind jetzt seit dem 20.01. hier in Schweden. Für die, die noch nicht wissen, was sie bis zum 16.03. machen wollen, es gibt noch Termine. Den Link findet ihr entsprechend unten in der Beschreibung. Guckt, ob ihr noch spontan was findet, um dann hier mit uns in Lapland auf dem ESC Lake Lapland mit uns quer zu fahren. Sowohl für Porsche als auch McLaren findet ihr dann im Link noch Verfügbarkeiten. Ihr könnt dieses Jahr euch entscheiden, ob ihr einen Mix aus Porsche Fuhrpark fahrt oder einen Mix aus McLaren. Und im nächsten Video erklären wir euch dann so ein bisschen die Neuerungen, auch die Neuerungen zum Fuhrpark. Ja, kurz nachdenken. Stefan, wir haben da haben wir fünf. Puh, wir haben ganz schön viele Strecken, das weiß ich. Das nimmst du bitte nicht rein und wenn der Danny das sieht, bringt der mich um, wenn ich nicht weiß, wie viele Strecken wir haben. Zwei, drei, vier. Zwei im Sinn. Wir haben viele Strecken, also das wird ja auch jedes Jahr mehr. Ich kann euch sagen, es ist dieses Jahr die Strecke Silverstone dazugekommen. Es ist eine mega Bahn, die ist schnell. Silverstone von 1950, also der alte Kurs. Wer das kennt, der kann da mal googeln, das Streckenlayout sich mal angucken. Ist eine sehr, sehr schnelle Bahn. Entsprechend ist das auch für den einen oder anderen sehr fordernd, weil ihr wirklich da mal mit 60, 70, 80 quer in so eine Kurve rein. Und dann müsst ihr stehen lassen. Also freut euch da auf die neue Bahn Silverstone. Und ansonsten bleibt es bei den verschiedenen GP-Tracks. Spa, Nürburgring, das was ihr für die, die schon hier waren, kennengelernt haben. Und wir haben die frei erfundenen Tracks, wo wir eine schöne Figur in den Schnee fräsen, wo ihr dann auf eure Kosten kommt. Hier zum Beispiel Drifter, so nennen wir den. Hier haben wir versucht, eine Kurve nach der anderen dran zu hängen. Wenig bis gar keine geraden. Hier könnt ihr wirklich die Schwünge nutzen, links, rechts, immer im Wechsel. Und entsprechend die Fahrzeugmodelle durchrotieren. Ihr fahrt mal 991, 992, neue Modell von Porsche. All diese Autos bis hin zum geflügelten GT3 fahrt ihr hier auf Schnee und Eis. Im Drifter, auf den GP-Tracks, was auch immer. Dynamikflächen, große Dynamikflächen, wo wenig Schneewände sind und entsprechend wenig Sturzgefahr. Also da fahrt ihr erstmal um Pylonen, um Sticks rum, um wieder reinzukommen. Und für die Newcomer, um das Ganze erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, bevor ihr dann hier in so einer Übung startet. Und dann rechts und links ein bisschen Schneewände habt, die euch das Leben ein bisschen schwerer macht. Also ich laufe seit dem 01.01. in so Schneeboots rum. Und ja, Wasser steht da jetzt auch schon drin so langsam. Aber ist wie es ist. Ja, wenn ich nach Hause komme, ist Sommer. Das ist auch ein neuer Fahrrad, der Volvo. Kann man auch jetzt driften. Die Sonne scheint, das ist mega Wetter. Die scheint ja auch immer. Also Sonnenbrille mitbringen. T-Shirt. Es ist doch gar nicht mehr jetzt so kalt. Ne, heute haben wir entspannte Minus 5. Was haben wir? Minus 5? Minus 6. Also äh... Sommerlich. Sommerlich. Sandale, Flipflops. Kann man machen. Der GT3 hat es in sich. Da drehen sich die Jungs immer. Kräfter mit. Ah, der ist sausig. Zum Frühstück kann man sowas doch schon mal machen, oder? Der ist ja gar nicht mehr grau. Ne, den haben wir auch in das neue Kleid gesteckt. In das blaue Kleid. Wir haben gedacht, das steht ihm ganz gut. Und ich glaube, das steht ihm auch ganz gut. Zwei graue haben wir noch gelassen. Also wir haben den Fuhrpark aufgestockt. Wir haben jetzt vier von den Anführungsstrichen grauen Mäusen. Davon sind jetzt zwei blau und zwei sind grau. Dieses Kreide geblieben. Und äh... ja. So teilen wir uns hier alle miteinander den Fuhrpark. guns in den Fuhrpark. bar Musik He He Lapland oder so hat er gesagt. So sieht das aus. Aber jetzt, oh deine Schönheit blendet mich. Welcome to my life. Wir sind ganz seriös und höchst professionell. Der Lagerkoller ist noch nicht eingetreten. Nein, 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 es dauert noch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt heute ein bisschen Zeit gefunden haben, den Leuten daheim ein bisschen was zu zeigen. Tja, wer jetzt Bock bekommen hat, guckt unten in den Link. Da gibt es noch Verfügbarkeiten bzw. Daten, wo ihr noch euren McLaren oder euren Porsche buchen könnt. Und dann mit uns hier an den Start gehen. Musik Bei uns fährt man nicht nur bei Tag und Tageslicht, schön in der Sonne, sondern erstens auch beim Sonnenuntergang und dann auch noch in der Nacht. Bei unserer Nacht der langen Messer gehen wir auf Zeitenjagd. Die Autos stehen schon parat für die Nacht-WP. Laptimer sind entsprechend eingebaut und eingerichtet. Und ja, ich bereite jetzt weiter vor. Wir müssen jetzt einen Spit setzen gehen, damit wir hier eine Startlinie haben und eine Ziellinie. Und wenn die Fahrer gleich kommen für die Nacht-WP, dann fahren die über diese Startlinie und dann läuft direkt die Uhr an. Also das ist jetzt unser Job. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Denkt an den Kommentar, denkt an den Like, abonniert den Kanal und ja, schreibt mir in die Kommentare, was euch noch fehlt an Informationen. Und lasst uns da ein Informationsblättchen da. Nein, das nicht nehmen. Komm. 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 Komm.